68 Jahre haben sie miteinander verbracht. 1939 haben sie einander in Wien kennengelernt. 1943 wurden sie ein Paar. Unmittelbar nach Kriegsende haben sie geheiratet. Anekdoten ihrer Beziehung habe ich oft gehört. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg spielten darin keine Rolle. 2012 stirbt mein Großvater im Alter von 93 Jahren. Daraufhin zeigt mir meine Großmutter erstmals die in ihrem Wandschrank verborgene sogenannte eiserne Kassette. Diese enthält Briefe, Ausweise und wenige Fotos meiner Großeltern aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch ihre Hochzeitsfotos befinden sich darunter. Da hast du jetzt all unsere Geheimnisse, sagt meine Großmutter und versperrt die Metallkassette wieder. Drei Drei Drei